Das dürfte einfach werden. Kung Jin Wins Fatality. Kung Jin Wins Fatality. Kung Jin Wins Fatality. Fatality. Kung Jin Wins Fatality. Kung Jin Wins Fatality. Guatemala! Kung Jin wins 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 Als Dank für seinen Beitrag zur Rettung des Erdenreichs schuf Kung Jins Familie eine Statue nach seinem Vorbild, die Teil von Raidens Ehrensammlung wurde. Doch Kung Jins Gedanken waren bei einem nicht mehr willkommenen Mitglied seiner Familie, Kung Lao. Kung Jin machte sich auf, um seinen Cousin aufzuspüren und fand ihn im Unterreich. Raiden glaubte, Kung Laos gequälte Seele wäre ohne Quan Chis Magie für immer gefangen. Doch Kung Jin wusste, dass die Shaolin stärker sind als jede Magie eines Zauberers. Er schwor, Kung Lao bei seinem Kampf gegen das Böse zu helfen.